Schwankungen sind schlecht, nicht wahr? Wenn Sie Schwankungen haben in Ihren Aktienpreisen, dann ist das weniger gut, als wenn es einfach immer gerade rauf geht. Meint man zumindest, aber das ist nicht unbedingt richtig. Denn wenn Ihre schwankenden Aktien sehr viel mehr steigen als die nicht schwankenden Anlagen, dann ist das eigentlich gut. Das ist aber ein Problem, das möchte ich Ihnen an dieser Zeichnung zeigen. Nehmen wir an, wir beginnen heute mit einer Investition. Die ist hier blau eingezeichnet. Wir haben zwei Möglichkeiten zu investieren. Eine Möglichkeit schwankt relativ wenig und wir kriegen am Schluss das Rote heraus. Die zweite Möglichkeit ist, sie schwankt relativ viel und wir kriegen am Schluss wesentlich mehr. Nun, welche Anlageperformance würden Sie wohl lieber haben? Auf jeden Fall würden Sie am Schluss lieber mehr haben als weniger. Aber Sie machen hier die Rechnung ohne den Wert. Nämlich, wenn Sie hier in die grüne Linie investieren und mehr Schwankungen haben, was zum Beispiel bei Aktien der Fall ist gegenüber Obligationen, dann gibt es Situationen, da sehen Sie, haben Sie sogar weniger, als wenn Sie in die weniger schwankenden Anlagen investiert haben. Sie werden also zum Schluss kommen, das war eine wirklich dumme Idee. Und noch schlimmer, das Gleiche passiert Ihnen Jahr für Jahr, immer dann, wenn die Schwankungen gerade gegen Sie verlaufen. Also zum Beispiel hier, sehen Sie, geht es runter, das Rote geht rauf. Und nochmals hier, das Grüne geht runter, das Rote geht rauf. Und wenn Sie nur diesen Bereich anschauen, dann vergessen Sie, dass Sie auch bei dieser tiefen Performance höher sind, als wenn Sie rot investiert haben, weil Sie schauen nur an, was ist gerade im letzten Jahr passiert. Dabei ist es offensichtlich, Sie müssen in die Investition gehen, auch wenn sie mehr schwankt, die Ihnen über eine lange Zeit mehr Rendite gibt. Denn sogar hier im letzten Jahr, als noch einmal eine starke Korrektur nach unten kam, haben Sie mehr Geld, als wenn Sie rot investiert haben, die in diesem letzten Jahr dann raufgegangen ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn sie heisst, Schwankungen sind nicht unbedingt schlecht bei Aktien oder bei Anlagen im Allgemeinen. Schwankungen können gut sein, dann nämlich, wenn wir erwarten dürfen, dass die Anlagekategorie langfristig längere Renditen erzielt. Das einzige Problem dabei sind Sie, der Sparer, der jedes Jahr schaut, was gerade passiert ist und damit haben Sie oft die Situation, dass Sie lieber in weniger schwankende Anlagen investieren, wie zum Beispiel Anleihen oder auch Barmittel, obwohl das eigentlich viel, viel weniger bringt. Fallen Sie nicht auf diesen Irrtum hinein, investieren Sie in diejenige Anlageklasse, wo Sie wissen, dass Sie langfristig höhere Renditen haben und jedes Mal, wenn Sie runtergehen, warten Sie, bis Sie wieder etwas kaufen, nämlich dann, wenn es wieder hoch ist, ist es eine gute Zeit zum etwas konsumieren. Also heute, wo die Aktienmärkte sehr hoch sind, ist es ein guter Zeitpunkt, mal etwas auszugeben, denn irgendwann wird es wieder korrigieren und nach unten gehen. Aber langfristig gesehen geht es darum, in diejenige Anlageklasse investiert zu sein, wo die Rendite am höchsten ist, auch wenn man das kurzfristig nicht sieht. Viel Erfolg beim Selbstinvestieren!